Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Race auf Renn-DMC Wir spielen auf der Map Super Mario und wir mal sehen, ob ich gewinne Oder ob wir gewinnen, besser gesagt Oh geil Die bringen Diamanten Und Level So Der bringt auch Level Ich will also am besten nicht runterschauen Natürlich ist es besser, wenn die Aro da fällt, als wenn ich runterfalle Das ist Zeitverschwendung, ich muss ja erst mal zusehen, dass ich Die hast du, nice Ist okay, geschafft Smaragd-Block Geil Ui, ne Echse Puffy, naja Der bringt es natürlich mehr auf Egg Wars Oder Wars Mann, wieso schaffe ich das nicht? So schlecht bin ich doch gar nicht Oh Gott, die anderen sind ja wieder so tryhard Ja okay Ich kann ja gleich vor Smaragd machen Feuer resistent ist nice Äh, Eissterne, ja rot Es ist doch klar Wieso? Kurz Zeit, konzentrieren So jetzt hier hoch, abkürzen Und wir sind drin im Tower Jetzt hier noch hoch Oh Gott, die einen sind schon gleich im Ziel Ja joi, ich glaube das wird ein ganz kurzes Rennen hier Mann Okay, man muss da rauf So Rüber Mega Furz Geiler Name Okay, ähm Der ist im Ziel Was mache ich denn Also Die Eine Smaragdhose Würde ich sagen Denn ein Smaragdschwert Nee Nein Jetzt sind die Diamanten weg Oh Und ich habe sogar noch Schuhe Oh, bin ich blöd Okay, das verbuchen wir mal unter Epic Fail Also wenn ich jetzt noch gewinne, dann echt Puh, GG Das zeige ich mal wieder, wie intelligent die Menschen sind Ui, ui Die haben mich in der Axt Okay, GG Der ist tot Ey, da oben ist er nochmal, oder nicht? Ja komm Eben wollt ihr mich angreifen? Ja, was ist jetzt, ne? Wo willst du denn hin? Hier an die Ecke, ne? Tot Tschüss Danke Okay, der hatte sogar geilen Stuff Ich glaube, ich bin gerettet Die will ich mal nicht stören Schnell weg Nein Mann, lass mich doch Lass mich doch in Ruhe Ha GG Goldäpfel So, jetzt aber die Rache Oh, voll der Schluck Ich meine die Feiten hier gerade Ich crafte mir hier erstmal guten Stuff Ich meine, was soll's Die Axt Naja, brauche ich nicht 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 Dann würde ich mal sagen Jetzt gewinnen wir Wahrscheinlich Da hinten sind die So, Leute Jetzt geht's Saures Speed Hey, du da Danke für den Killmate Hä, achso Ja, okay Hab ich auch Okay, du willst Du dachtest, ich crafte, ne Ja Ja, wo willst Oh man, das ist so ein Tränke Alter, das ist ein Tränke-Experte Hä? Komm, wo? Hä? Heckt der? Ja, der heckt Okay, jetzt, äh, was brauche ich für den So, das, das Kein Problem Wie viel Wie viel leben habe ich noch? Zwei Session nickt, dass ich nicht gefokust werde Z-Dingsbums genickt Okay, gut Ist hier unten einer, dass ich hier wer verstehe Hä, hallo Hm Ich dachte, dass wir einen Nucky besocken So, mal sehen Also jetzt Busch Äh, rusch Busch, äh Let's wash Okay, das wäre wahrscheinlich unser Ja, das ist der Gegner Oder der Typ von eben Soll ich abstauben? Oh, ich probiere es mal, Mann Ganz ehrlich Ey, ich mag das ja nicht, aber Oh, ne Der hat wohl die ja bekommen Oh, schnell weg Um Gottes Willen Dem will ich mich jetzt echt nicht anlegen Tschüss Man, jetzt kommt ja noch von hinten Soll sich ver- Ja, ne Jetzt kommt hier Epic Raptor Los, gib's ihm Ja, wenn er den jetzt killt, ne Dann raste ich richtig aus Los Ach Mensch, bleib stehen Ach, Mann, ey Das ist die Rache Hä, was ist mit dem los? Wieso hat der so viel Leben? Als ob Jetzt hat er mit dem Herz Ist klar Teamer Ist klar Ich bin Teamer, ja Geht deinstallieren Ihr Freund Oh, wie gern würde ich jetzt schreiben YouTube, Alter Ja, okay Welche Strategie verfolge ich jetzt? Also das war eigentlich kein Team Okay Hey, hey, sorry Aber du musst dran glauben, ne Versteht sich Hä, was will ich denn jetzt? Ja, Epic Team, oder was? Ja, lol Äh, ja, okay Das war's Das heißt, ich war trotzdem Das war eigentlich witzig Äh, ja, okay Äh, ja Äh, ja Äh